Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Green Hell. So, Bananenblätter sind angebracht, ich werde auch ganz fix mal speichern. So, und so, passt. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal endlich hier was fertig zu kriegen. Haha, das wird nichts mehr im ganzen Leben dazu. Ich kriege da nichts hin, das ist ein Wahnsinn. So, ich kriege nichts hin. Da ist wieder Asche, das gibt es ja nicht, wieso ist da so viel, wieso brennt das immer so schnell weg? Was soll man denn mit der ganzen Lagerfeuer Asche machen? Das ist echt übel. Was kann man denn wirklich damit machen, herstellen? Da kann man echt irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung was. Das ist es mal nicht. Das ist es auch nicht, ich mache den mal kaputt. Herstellen. Lagerfeuer Asche. Nein. Vielleicht ein Seil. Nein. Wozu auch? Vielleicht. So was? Nein. So was? Nein. Ah, vielleicht ein Verband. Ja, Ascheverband. Cool, stellen wir gleich mal her. Ah, okay. Hier kann man auch nur mehr zerstören und... Was soll mir die Steine machen? Ich brauche jetzt ein Steinlager. Das wäre sinnvoll, glaube ich. Gut. Wir brauchen nach wie vor, unverändert, einen Haufen langer Stecken. Ich glaube, hier ist keiner, der uns töten will. Sehr viele lange Stecken. Also da kann man schon Bäume fällen, bis wir gar wie schwarz werden. Jetzt ist der Trottel da, ne? Ich höre ihn singen. Und die sind noch immer oder schon wieder komplett überladen. Da drüben ist er, der Kerl. Die machen es uns echt nicht leicht. Das muss man schon mal sagen. Hier könnte man ein Steinlager machen, oder? Oder hier dazu. Hier, oder? Hier hauen wir unsere Steine hin. Dann sind wir gleich um einiges leichter. Hey, cool. Die kann man aufeinander stapeln. Das ist cool. Bis er halt umfällt, ne? Voll cool. Halt, den brauche ich noch. Halt. Nein. Das habe ich wieder super gemacht. Den Pfeil würde ich schon gerne... Ach gut. Dann, also, ich will die Steine loswerden. so, 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 so. Du noch, du noch, du noch, so. Die Kohle, da könnte man eigentlich auch... Das können wir da rüber geben. Hier die Kohle. Zack, 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 zack. Weil wir haben eh viel zu viel von allem. Wenn wir da nur ein bisschen was mitnehmen, ist das glaube ich genug. Nein. Kohle weg. So. Da noch ein bisschen. So viele Lebensmittelvergiftungen, wollte ich gerade sagen, kriegen wir eh nicht zusammen. So. So. Passt. Dann können wir noch ein paar Pfeile herstellen. Dass wir die Federn auch ein bisschen los werden. So. Dann die nächsten. Das mit dem Herstellen ist halt noch ein bisschen lästig. Wie gesagt, ich hoffe, dass dann bald mal was anderes wird. Aber ich sehe gerade mit den Federn können wir noch was machen. Habt ihr es gesehen? Den Pfeil du weg. Der Typ hat echt Pfeilprobleme, ne? Geht noch ein dritter? Nein. Da schauen wir mal, was da rauskommt. Knochen ist auch falsch. Geht sowas. Nein. Was könnte es noch sein? Lagerfeuer Asche? Nein. Kohle? Nein. So eine Knochenhaken? Nein. Was kann man mit zwei Federn machen? Vielleicht ein Seil? Ja. Vielleicht ein Stock? Nein. 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 Vielleicht sowas. Nein. Nein. Vielleicht sowas. Nein. Ah, ich habe vergessen. Warte mal. Ich könnte ja... Warte. Den Dings... Möchte ich gern meinen Pfeil? Dann bleib er halt liegen. Ähm, wir könnten ja... Warte, ich sammle kurz was. Prost. Ähm, stecken meine ich. Vielleicht können wir mit den Stecken was machen. Vielleicht finde ich hier noch einen. Ja, dann haben wir eh genug. Stock 1, Stock 2. Vielleicht brauchen wir auch ein Steinchen. Das könnte auch sein. Ich habe nämlich keine Ahnung, was der mit Federn und Dingens machen möchte. Vielleicht muss auch ein langer Stab, äh, langer Stab, so, langer Steckchen her. Das weiß man nicht. Großer Stein. Hoffe ich nicht. Ich will nur schnell schauen. Irgendwo hier hatten wir doch unsere langen... Da. Wow. Und da. Passt. Das bringen wir schnell zurück. Hoffentlich ist jetzt keiner da. Na, schaut gut aus. Griff gehabt. So. Ich probiere jetzt mal was zu bauen. Und zwar herstellen. Und zwar, wir beginnen nochmal mit unseren Federn. Wo sind sie denn hier? Eine Feder. Zwei Federn. So, dann probiere ich gleich mal. Der passt. Das Seil hatten wir. Und dann fehlt noch was. Vielleicht noch so was? Nein. Okay, was würde denn noch fehlen? Habe ich denn schon was benutzt gehabt? Vielleicht noch ein Seil. Nein. Halt. Nein. Vielleicht ein Stein. Jetzt habe ich keinen Stein mehr hier. Weil der Knochen passt nicht, ne? Nein. Der Stein könnte... Warte mal. Der Stein könnte das letzte Lösung sein. Wo ist er denn? Einnehmen wir mit. Zack, 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 zack. Ich habe keine Ahnung, was es wird. Ob wir das schon mal gebaut haben, weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht oder doch. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun. Also wie immer halt. So. So. Und vielleicht ein Steinchen. Nein. Stein ist auch falsch. Okay. Jetzt wird es interessant. Was könnte es denn noch sein? Nein. Hm. Hm. War nur ein Versuch. Ich weiß, dass das für nix ist. Hm. Das Komische ist, dass sowas nicht funktioniert. Wird ein Nadel noch sonst was. Was könnte das sein, das uns hier fehlt? Ein großer Stein vielleicht. Irgendwo, glaube ich, war hier einer, ne? Ich hoffe, den finde ich noch. Bin ich jetzt schon zu weit, ich glaube, ne? Ach, herrje. Ach, herrje. Hallo. So. Eine Kokosnuss wird es nicht sein, oder? Nein. Das ist ein bisschen nicht so groß. Kokosnussschalen könnten auch so vielleicht ein Ding sein. Nein. Das ist was verreckt, ne? Hier. War hier jetzt ein Stein? Ja. Nein, das ist auch nicht richtig. Okay, ich habe keine Ahnung, was man aus dem machen kann. Ähm. Ich will da jetzt ein... Was machst du denn da? Hallo? Weg da. Das will ich haben. Das da. Diese Palmenblätter, ne? Kann ich das jetzt hier? Das da? Eine Feder. Und bekannte Frucht. Ich brauche die... Das da. Für das Kraut, ne? Ich bin müde. Ach so, das auch noch. Ich schaue nie, dass ich... Ich schaue nie auf meine Möglichkeiten. Nie. Nie. Niemals nicht. Komm, du blöder... Du Pflanze. Kann man hier was aufheben. Unbekannte Kräuter. Hier kann man nicht mal Maden nehmen. Nein. Das kann man auch mitnehmen. Wobei, einen Verband hätten wir noch. Okay, das ist echt... Passt. So. Was, wie, kein Platz. Das ist halt... Das ist echt ein bisschen lästig. Das brauche ich mal zu essen. Lebensmittelvergiftung. Wir machen. Super. Wir haben zu wirklich Kohle mit. Ich wollte nur mal schauen, was das kann. Kohle essen. Mahlzeit. Lebensmittelvergiftung weg. Jetzt haben wir Platz für diese Dinger. Ich wollte nur mal schauen, was das kann eigentlich. Weil ich glaube, da hatten wir noch keinen Eintrag. Ich bin echt... Ich bin echt ein wenig überfragt, was dort noch dazu passen könnte, zu diesem komischen Dingens, was ich hier bauen möchte oder wollte. Vielleicht hätte ich da jetzt echt einen Holzscheit gebraucht oder so. Ich probiere es einmal. Ob da noch was... Hey, das wollte ich jetzt nicht wegschmeißen. Also, probieren wir es mal. Das hier und... Schwacher Speer. Aha, na. Okay, Holzscheit bringt sich auch nichts. Einen schwachen Speer will ich aber nicht. Ich will schon das mit dem haben, so. So. Weil zwei Seile waren ja auch falsch. Was fehlt uns hier noch, Herrschaftsseiten? Ach, der ist immer so schwächlich, der Typ. Nur am Zusammenbrechen die ganze Zeit. Oh Mann, das ist nervig. Vielleicht muss man den Knochen... Was können wir aus dem machen? Aus dem können wir auch was. Basteln mit Feder, ohne Feder. Aber wahrscheinlich hier mit dem Stock. Ich finde wahrscheinlich wieder diese... Diese Knochen-Axt oder wie die hieß. Wahrscheinlich brauche ich zwei Knochen, damit das klappt. Keine Ahnung. Ich nix wissen. Ah, Stein vielleicht. Nein, auch nicht. Okay, egal. Immer weg alles. Egal. Keine Zeit für sowas. So, ich drödel da nur herum. Trinken. Trinken. Prost. Ich sollte wieder schlafen, ne, eigentlich? Ja. Wo habe ich jetzt das andere? Da. Hä? Ja, passt. So. Unfassbar. So, einmal schlafen. Ja, gehen wir halt Bäume schlagen jetzt eigentlich, ne? Nochmal schlafen. Ich bin da echt überfragt. Was könnte man da draus basteln? Uns fehlt ein Item. Hä? Am Verrecken? Warum? Ist was Gescheites. Herbert ist das. Aber schon flott. Was fehlt uns um Gottes Willen? Was haben wir hier? Unbekannte Frucht. Weißt du mal, geil sammeln. Das helft dir, ein Vergesst zu essen. Ist eh logisch. Sammeln. Und sammeln. Warum habe ich die eigentlich schon wieder mit? Tschüssi. Kann ich die kaputt machen? Hä? Achso, die ist jetzt kaputt, oder was? Oh. Okay, die ist kaputt. Ups. Das hätte ich nicht machen sollen. Egal. So, kann man noch was trinken? Ja, passt. So, ich will das trinken wenigstens. Ähm. Muss ich das jetzt verstehen? Ich muss das jetzt nicht verstehen, oder? Egal. Egal. Machen wir das kaputt. Kokosnuss grün. Kokosnuss grün. Die gehen wir jetzt wieder da hin. So, zack. Nein, ich muss das nicht verstehen. Alles klar. So. So. Wir müssen jagen gehen. Ähm. Und wir brauchen Holz. Herr mit dem Zeug. Jetzt haben wir schon wieder einen Blutegel eingefangen. Es ist ein Wahnsinn. Bei welchem Fuß? Bei dem. Ja. Tschüss. So. Passt. Na. Passt. Da. So. Ähm. Einsammeln. Einsammeln. So. Ich sollte auch wieder mal speichern. Fällt mir gerade ein. Und da vorne sehe ich Fleisch für uns. Hä? Das heißt, ich werde gleich den Bogen probieren. Also, wieder nehmen. Wobei, ich glaube, mit dem sind wir besser. Ist das ein Wildschwein? Ich habe keine Ahnung. Ist es weg? Da drüben. Ich probiere es. Ich versuche es. zu erlegen. Das war ein Schuss in den Ofen. Super. Einmal mit Profis, ne? Hä? Was war das jetzt? So. Bisschen langsam. Jeder Stein könnte nämlich eine Klapperschlange beinhalten. Die uns umbringt. Ist es gestorben? Jetzt auch. Hä? Ja. Jetzt haben wir es geschafft. Passt. So. Tut mir leid, Kleines. Aber ich muss leider was essen. da, 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 da. Kein Platz im Rucksack. Warum nicht? Was haben wir denn so viel bekommen? Knochen vor allem ein Haufen. Okay. Ähm. Hm. Was liegt hier noch? Der Pfeil. Oh, die haben schon noch Platz. Haben wir noch mehr Pfeile? Ich glaube, das ist ein Bug. Na, ist kein Bug. Wir haben echt zu viele verschossen. Okay. Fast. Essen haben wir. So. Ah, hier ist ein Knochen. Okay. Ja. Ist vielleicht jetzt nicht so schlimm. Gut. Dann würde ich sagen. Äh, wir wechseln kurz mal die Waffe. Ähm. Zum. Also, wir haben es ja nicht. Mann, bin ich doof. Ähm. Wir müssen bauen. Habe ich jetzt ein Steinchen mit? Ja. Stein. Seil. Und Stock. Komm her, Stock. War falsch. Ach so, ohne dem, glaube ich. So. Die billige Steinachs, die bauen wir jetzt gleich mal. Obwohl ich die Knochenachs hätte auch bauen können. Aber ist ja wurscht. Zum Holzfällen passt die schon. So. Zack. 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 Ich will nur die langen Stecken mitnehmen, ne? Der ist müde. Und weiter. Sehr gut. Ich will nämlich nur hier und den. Nein, den. Ist wurscht. Den da. Den will ich mitnehmen. So. Liegst mir nach Hause und hoffen, dass keine Eingeborenen dort sind. Ich will ja, ein Indiakua. ein ekelhafter jaguar ja ich kann nichts machen du musst was essen bitte verpiss dich du kackviech so was machen wir jetzt was machen wir jetzt ich bräuchte jetzt irgendwie eine anhöhe am besten wir darauf und von da oben das saufig niederschießen ich glaube nämlich nicht dass dieses mistfisch unser lager hier verlassen wird oder vielleicht doch weil hier wird er uns sicher töten das ist alles so schön müde bin ich auch kackviecher lecker essen was soll ich denn damit ist kackviech weg schaut gut aus ich hoffe der ist weg wenn wir da auf sind nein nein ich habe es versucht ich habe nicht gespeichert das ist natürlich sehr schlecht sagen darf ich meine schön passt scheiße e So, weggesoffen, alles passt. Das Gestell kann man nach wie vor zerstören. Das werde ich auch gleich sofort speichern. Weil aus irgendeinem komischen Grund ist das wieder da. Ja, ist halt so. Passt. Ich würde gerne die Kohle mitnehmen. So. Es ist alles mega komisch. Mega komisch. Rucksack voll wie Christbaum. Genau, das habe ich ja auch nicht gemacht, weil ich vergessen habe zu speichern. Yay! Ihr Lieben, es ist schrecklich. Es ist echt schrecklich. Alter. So. So. Ach. Na, die Feder will ich behalten. Dann mache ich auch gleich. Alter, ich will die Feder behalten. Ich will den Stein loswerden. Oh Gott. Stein. Böse Stein. Weg. Feder. Stein. 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 Das ist Feder. Stein. 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 So. Wir haben nichts mehr. Unsere Beute ist natürlich auch weg. Alles weg. 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 Nein, das sollst du nicht aufheben. Genau so habe ich das gemeint. Da wollte ich jetzt die Kohle hinschmeißen. Zack, 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 zack. So. Wir haben eh mehr als genug für... Von dem Zeug wollte ich sagen... Nehmen wir den Pfeil, ist eh logisch. Jetzt aber, zack, 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 zack. Das noch. So. So. Lagerfeuerasche. Dann werden wir jetzt gleich wieder diesen Ascheverband machen. So. So. Mann, ey. Kann man noch stecken. Den einen, ja, das Dämmen von mir aus. Bauen wir ein paar kleine. Wie können wir da? Zwei kleine. Drei. Dann bauen wir hier noch schnell ein paar Pfeile. Und dann binden wir den Part. Das ist fürchterlich. So. Echt fürchterlich. Dann gehen wir nochmal jagen, weil wir das eh schon so gut können. Nicht aufregen. Es ist halt so. So. Hast du jetzt Platz, du Kackpfeil? Nein. Warum? Weil du ein Kackpfeil bist. So. So. Ah, es sind doch nur zwei. So. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Kannst du nicht ein Stück weiter runter? Ach, Gott. Da geht überhaupt nichts. Ja, dann lassen wir es halt da liegen. So, nochmal ein Stückchen nehmen. Ähm, wir schauen mal aus. Kohlenhydrate brauchen wir, Fleisch brauchen wir. Erstmal schnell ein paar Bananen und dann... Es wäre halt echt cool, wenn wir Fallen bauen könnten. Dass wir auch diese Einwohner hier vertreiben können besser. So, Mahlzeit. Das essen wir noch schnell. Und dann wendet man den Part. Eigentlich könnte ich gleich beenden. Ihr Lieben, das war's dann für heute. Ja, überleben ist halt kein Zuckerschlecken. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.